hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge assassin's creed mirage so wir sollen unseren bekanntheitsgrad runter kriegen so habe ich hier irgendwo ich sehe da ein zerrissene dinge da bestich ein munadi ach so das sind achtet sind die anderen ich dachte dort sind immer so eine hier gehen aber machen wir nicht warum soll ich habe lang genug gewartet ich sollte ali aufsuchen und sehen was wir überall wohl erfahren können gut wir haben unseren bekanntheitsgrad niedergerungen so was haben wir denn hier ausrüstungstruhe ich würde mal sagen wir gucken mal dahin ich würde jetzt ja mal da wird klauen und mal da rausholen bevor wir uns jetzt hier den aufgaben wieder widmen ob er dir auch irgendwann doppel kill geben wird ich kann es kaum erhoffert das ist doch unten irgendwo verdammt das ist die was siehst du die sind ja alle wieder da muss er darunter dann sein oder mal hier du bist unerwünschten augenblick gleich verstummst du aber jedoch unter da ja 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 verdammt ja 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 hallo wiem hat denn der jetzt noch anfokussiert das ist die truhe aber er kommt von hier in die rinne das ist ja auch wieder lustig ich habe ja auch nicht mehr niedernecke mal auf die andere seite aber dann waren hier noch sammelt man noch kurz ein gefängnis gefängnisse wo ist denn hier ein händler 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 war hier nicht unterwegs ein händler hier ist ein händler kurz zum händler kurz zum händler vorhinher zeigt euch wir brauchen wurfmaterialien wir brauchen wurfmaterialien Von da aus kann ich dann nämlich das aufmachen und dann auf der anderen Seite das... Das ist hier mitten in der Nacht, oder was? Ja, ja, ja. So. Warte mal, wie waren das... Wie waren das... Es ist immer gut, Zeit in die Ausrüstung zu stecken. Ach, hier. So 60. Vielen Dank. Das richtige Werkzeug ist sehr wichtig. So, ist das etwas? Wir hätten jetzt mit der Händlermünste... So, okay, wir können jetzt erstmal... Wir probieren das mal. Ich finde das auch ein bisschen bedenklich, dass man... Ich finde das auch so ein bisschen bedenklich, dass... Diese Wurfdinger, dass wir die nicht mehr rauskriegen aus den... Habt ihr gesehen? Ich weiß ja nicht, warum der Ene da uns... Der guckt doch zu uns. Dem interessiert das ein Scheißdreck. Also diese Wurfsterne hier, dass die hier weg sind hier, finde ich ein bisschen bedenklich. Ich meine, ja, klar, ist das alles wieder so eine Spielmechanik, damit du hier auch ein bisschen was dafür ausjibst, aber ich finde es bedenklich. Das ist das Schwert des Aufbegehrers. Ach nee, Sanj. Ah, ist falsch. Hier. Zurückschlagen. Nach perfekten Ausweichen fügte der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Das ist natürlich auch gut, oder? Nach erfolgreicher Parade führt... Haben wir auch. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Aber ich finde unser Schwert... Sollten wir ein besseres finden, würde ich auf jeden Fall den Skin von unserem Schwert jetzt behalten wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir werden jetzt... Dort hinüber... Warte mal, kann ich hier eigentlich... Oh. So, Strahler folgen... So ein Questziel. Das ist wie bei... Wie bei... Z Origins. So, hier ist noch... Wissenswert... Wissenswertet... Ja, aber der pfeift aber auch ganz schön laut hier. Ja, aber wie der... Wie der Pfeifen tut, wa? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. So, gucken wir mal. Hier sehen wir doch schon mal was. Ne, da sind keine Soldaten. Da ist auf jeden Fall ein Aussichtspunkt. Aber hier könnten Soldaten sein. Auch nicht. Wir holen uns erstmal den Aussichtspunkt. Hier muss ich richtig sein. Nun denn, wo ist Ali? Ja. Ja. That's me. So, da unten ist irgendwas. Sieht fantastisch aus. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich... Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Hm, Roshan ist schon da. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon? Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja, ja, ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mesud al-Jakoub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bessi! Er spürte eine der Grabungen von El Khul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nicht nichts. El Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mesud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können. Doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Haben wir jetzt Entscheidungen zu treffen, oder was? Vor allen Dingen Al Ghul. Vor allen Dingen Al Ghul. Da steht doch... Al Ghul. Vor allen Dingen Ras Al Ghul. Kennen wir doch aus... Aus dem Marvel Universum. Ne, Batman. Batman ist das, stimmt. So, gut. Hier ist er irgendwo... Warte mal kurz. Nun ist es. Oh. Ich bin jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ruhe herauszulocken. Okay, wir werden jetzt mal den Adler loslegen. Da stammt. So, haben wir dann hier noch ein paar Spruzis. So, wie sie hier Sachen machen. Na, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wie die Spruzis? Spruzis. 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 Oh, Raubvogel. Okay. Hier ist die Glocke. Ich glaube, dann gehen wir von zuerst von da hinten rin. Der Doof ist halt, dass die Glocke wieder da ist. Wenn ich hier mal sterben sollte. Hat die ist noch irgendwo hin, ne? Ach da. Na gut, jetzt sind hier bloß Verkleine. Da ist noch ein Eingang. Den könnten wir eigentlich markieren. Vergiss nicht. Geduld, Disziplin. Und wenn sich die Gelegenheit zeigt, ergreife sie. So, wir haben jetzt da hinten was und wir haben hier vorne was. Was ist das jetzt hier? Untertauchen. Die Funke meinte, man kann hier sitzen. Ach, hier kann man meditieren. Ah, sehr gut, Funke. Jetzt habe ich es verstanden. Na, dann wollen wir doch mal in die Nacht zu... Ah. Ah, vergess mal. Was dauert so lange? Ich weiß es nicht genau. Ein paar Wachen kamen und befallen... Was verzögert deine Abreise, Sadik? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürzen. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, könnte er sein plötzlicher Aufbruch erholen herauskommen. So, weiter geht's sind wir morgen Abend noch hier. Okay. Kann man hier drüben? Ja, nust du. Doch. Nee. So, hier sind ja einmal... Hier sind ja einmal gegangen. Aber ich wollte jetzt erst mal auf die andere Seite pürschen uns erst mal hier ran. Eine Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben. Deine Augen sind auch nicht mehr. Ich kann nicht glauben, was sie immer zu dir gesagt haben. Ich weiß, du bist nachsichtig. Doch du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Okay. Gut, hier kommen wir erst mal ja an die Rinnen. Okay, okay, okay. Gut, wir können hier nicht hochlofen. Das ist also nicht so, wie wir das gedacht haben. Aber hier können wir hoch. Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Okay, die nächsten Mal. In der sie umdreht, können wir... Okay, das lief doch schon mal... Ja, nicht so verkehrt. Gut, dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Falls man mich mundtot macht, Rahim, eine Gruppe Wachen traf gestern Nacht in der Karawanserei ein ganz verstohlen und lautlos. Sie holten eine große, mit Dreck verkrustete Truhe ab, luden sie auf einen Karren und brachten sie fort. Ich weiß nicht, wohin, doch ich hörte sie von einem Hafen sprechen. Ich beobachtete sie aus der Ferne, aber ich fürchte, dass sie mich gesehen haben. Sollte mir etwas zustoßen, dann weißt du, dass das der Preis für meine Neugier war. Okay, nehmen wir mit. Ah! 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 Okay, den haben wir. Ich schalte lieber es alles so aus, aber ich muss sagen, dieser Tag-Nacht-Wechsel hier macht überhaupt keinen Sinn. Na dann verstümmel mal, fang mal an. Das hast du ja gut hingekriegt, mein Freund. Den wollte ich aber ja nicht anlecken, den wollte ich ja nicht anlecken. Ich bin doch nicht blöd. Sehr gut. Hey, was ist da los? Deine Mutter ist los, Junge. Verrückte Mongo-Junge. Hey, was? Sie fallen etwas übertrieben, muss ich sagen. Tür verriehlt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Vielen Dank.